Was bisher geschah. Wir gehen am Fährhafen rüber und gehen auf Corsica. HP kaputt. Wir wollen ja ein Mofa kaufen. Die neuste Errungenschaft der Firma Mofa Cult AG aus Fraunfeld. Ich glaube, wir haben Scheiss gekauft, Jungs. Ich verstehe das Mofa nicht. Wunderschönen guten Morgen und willkommen zum neuen Video. Während Marvin hier noch seine Seitenschütze hinkommt, von seinem fliegelnden Fisch, sind wir da. Wir starten das neue Video. Es ist ein wunderschöner Tag. Wir sind in Salten. Das ist wirklich das kursivste, schönste Dorf in Corsica. Maga, was labest du schon wieder? Es stand das kursivste Dorf in Corsica. Korsanisch quasi. Wir haben ein bisschen Stress, weil ich ein E-Mail für die Fähre bekam. Der geht ein. Morgen. Läuber dich. Wie viele Kilometer haben wir noch? Morgen Abend und wir haben noch 250 Kilometer. Das ist machbar, aber nicht so, wie wir fahren. Es ist machbar. Seit ich das Ding gekauft habe, bin ich vielleicht 50 Kilometer gekommen. Es sind zwei Tage rum. Und das in vier Breaks. Ja. Wir schaffen das. Wir holen jetzt alles zusammen. Starten das Zeug und geben richtig Gas. Heute gibt es Rider Days. Und hoffentlich ohne Panne. Let's go. Also gleich zu Beginn seht ihr jetzt einen typischen Struggle, den wir jetzt schon seit Tagen auf dieser Insel hier haben. Wir haben massive Steigungen. Schaut euch mal zum Beispiel jetzt alleine die erste Straße an, die wir fahren müssen, um hier von unserem wunderschönen Hotel wegzukommen. Freddy hat einen Anhänger mit knapp 100 Kilo geladen an seinem Mofa dran. Muss unbedingt in den Resonanzbereich kommen, um hier hochzukommen. Und deswegen stehe ich mich an die Straße da unten. Lia steht da oben. Wir stoppen den Verkehr. Und Freddy gibt Vollgas. Viel Spaß bei dieser Show. Daumen drücken, dass nichts passiert. Okay, Lia, sind wir runter, ne? Mach den ersten. Ja, ich stehe erst. Nein. Also das ist jetzt so Paradebeispiel, wie es nicht funktioniert. Also schieben, Freunde. Das wird ein guter Tag. Ich fühl's. Cool Sport. Mario, da ist das Shit. Was ist los? Jetzt sind wir total am Arsch. Nein. Platte. Fuck. In der Kurve fliegeln plötzlich plötzlich. Wolltest du irgendwo ein wenig runterstossen, bis es ein wenig Schatten kommt? Das Problem ist halt, das Quadrat haben wir keinen Schlauch, gar nicht dabei, vielleicht ein Flickzeug für das Garten. Ja, ich habe den Flickzeug eingepackt. Wir probieren, wegnehmen. Müssen wir ausprobieren. Gehen wir weg, weil es ein wenig Schatten ist. Ja. Soll ich mal an Freddy anrufen, dass er mit dem Werkzeug kommt? Ah ja, voll, ja. Nein! Also die anderen kommen jetzt mit dem Werkzeug. Ich hoffe wirklich, dass wir das Pneu jetzt irgendwie abziehen können. Wir probieren auf dieser Seite den Pneu abnehmen, den Schlauch rausnehmen, hier gleich abflicken und dann wieder probieren. Wurden. Hast du ja schon mal rausgekommen? Nein. Wir müssen auch probieren, den hier abfliegen zu nehmen auf dieser Seite. Schauen wir, dass wir das Loch finden. Flickzeug drauf. Und hoffen, dass es geht. Willst du nicht, dass ich es gerade rausnehme? Nein, nein, nein. Fliegst du mal auf der einen Seite. Es ist draussen. Jetzt schauen wir, dass wir Luft pumpen können. Hoffentlich finden wir gleich das Loch. Flick drauf. Deckel drauf. Ab in die Post. Wohin bist du! Da ist ein Kasekappan. Nach dem Kappermagen. Ein gäbiges Problem. Das Loch ist natürlich hier beim Ventil. Alter, das ist riesig. Wir probieren mal den Flick dorthin machen und wenn es nicht geht, probieren wir die Schuhe reinlassen. Irgendwo hier in der Nähe gibt es vielleicht einen Di Blasi-Händler oder so. Wir haben hier den riesen Riss fast unten. Jetzt machen wir den ersten Flick. Das machen wir so. Dann noch der zweite Flick von der anderen Seite. Zwei Flicken sind so drauf, aber noch nicht wirklich dicht. Jetzt haben wir noch einen gemacht mit ganz mehr kleinen Löchchen. Das kann man über alles je tun. Dann heben wir das hoffentlich bis mindestens in der nächsten Stadt, wo wir dann vielleicht einen neuen Schluch bekommen oder eine neue Di Blasi. Ich drücke alle Daumen, die ich habe. Alle sieben. Was? Hier sieht es aus, als würde ich es halten. Und wenn ich den Flick hier, der schon drauf war, schloss, kann es irgendwo da raus. Das heisst, der kommt weg. Ganz vorsichtig. Der neue Flick dort drauf. Wahrscheinlich ist der nie ganz dicht gewesen, aber wenn er dran gedrückt ist, ist es jetzt gehalten. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man in der Pampa einen scheiss Schlauch fliegt. Jetzt müssen wir warten. Schauen wir, ob sie halten. Noch ein bisschen einbauen. Hoffentlich nicht kaputt machen beim Weinbauen. Und dann haben wir vielleicht Glück gehabt. Haben wir einen Talg hier? Weit kommt jetzt. Ja, wenn man keinen Talg hat. Wir probieren jetzt den Ur-Pneu wieder drauf zu tun, weil der Schluch ist drinnen. So weit scheint einigermassen dicht. Ich habe gesagt, sie sollen sich einen Maxi kaufen. Maxi verhebt. Gibt einen Maxi? Kann es einfach jeder. Fuck! Was war das? Eineinhalb Stunden zur Sau. Machen wir Autostopp. Du musst hier irgendwie nicht abfahren. Elias versucht jetzt zu trampen. Das heißt Autostopp. Irgendwie die Di Blasi in ein fremdes Autoladen mit einsteigen in den nächsten Ort fahren. Mein Problem ist einfach, dass ich wenig optimistisch bin, dass wir in diesem Ort einen 8 Zoll Schlauch finden. Was wäre das denn für ein Zufall? Und wenn nicht, dann könnte das das auch sein für Elias. Ein Camper wäre geil. Ja, vielleicht noch ein 500. Caravan! Caravan! Caravan Parking! Hier für frei! 15 Sekunden Gange. Ja, aber von da kommen wir dann vielleicht weiter. Ja. Probieren, oder? Mal raus aus der Pampa ist das wichtig. Ja, ja. Handy braucht man nicht. Also 30 Kilometer Service Station. Schick für den Standort. Ja, bist du gekommen? Ja. Danke so much. Also entweder haben wir Elias gerade irgendwelchen Schleppern übergeben. Oder wir sehen ihn in den 13 Kilometern wieder. Wobei das ja auch nur die halbe Miete ist. Wir brauchen immer noch irgendeinen Reifen. Also ich glaube nicht, dass die ihn bis zur Fähre fahren. Hauptsache weg von hier, Alter. Wir sind hier wirklich nirgendwo. Wir schmeißen alles auf den Anhänger von Elias und fahren weiter. Ja. Ich bin jetzt da noch im Autostoppauto. Die haben mich jetzt netterweise mitgenommen. Zuerst mal nur 30 Kilometer. Und in der Tankstelle. Aber leider können die dort nichts Töffelmässiges oder Schläuchmässiges reparieren. Jetzt hat er seinen Termin abgesagt, was er hatte. Und fahre mich jetzt alles krühe über die Insel nach Porto Vigio. Dann probieren wir dann in einem Bikeshop oder so das Ganze zu flicken. Vielleicht haben die einen Schluch, vielleicht haben die einen Schaum. Vielleicht haben die irgendetwas. Hier mitten rein, Digga. So Freunde. Bonifacio. Wir sind angekommen. Elias ist irgendwas am machen. Wir wissen es nicht genau. Ich hoffe, er hat ein bisschen was für euch gefilmt. Ich hoffe auch, dass er seine Probe irgendwie wieder zum Laufen kriegt. Denn aktuell macht sie ziemlich jedes Mal von Probleme. Wir haben auf dem Weg hierher auch die ein oder andere nicht ganz so schöne Situation gehabt. Haben das aber jetzt nicht gefilmt. Ihr werdet es noch oft genug sehen. Denn wir sind nämlich jetzt tatsächlich erst am südlichsten Punkt angekommen. Das heißt, wir müssen eigentlich bis morgen Nacht wieder komplett hochfahren. Unsere Fähre wird am Samstag um Mitternacht. Quasi zwischen Samstag und Sonntag um Mitternacht müssen wir auf die Fähre. Mit vier Mofas, von denen drei massiv Probleme machen. Freddy sein Mofa stellt immer ab, sobald du stehen bleibst. Mein Mofa macht Probleme beim Bergauf fahren. Haben wir ja gerade im letzten Video ganz massiv Probleme gehabt. Und auch Elias hat einen Platten. Also Roger, du bist ja der Einzige mit deinem Urin-Mofa. Unglaublich. Puch Maxi N. Bestes Mofa ever. Obwohl es hier wirklich sehr sehr schön ist in Bonifazia und wir sehr gerne noch ein bisschen länger uns das alles angucken würden. Müssen wir aber auch leider jetzt direkt wieder los, weil Elias ist quasi ein Ort weiter. Knapp 20 Kilometer. Da ballern wir jetzt hin, dann sind wir wieder vereint, um dann zusammen nach Lösungen zu suchen. Denn Lösungen, die brauchen wir jetzt meine Freunde. So, Abfahrt. So, jetzt haben wir gerade wirklich den Arsch gerettet. Ich bin jetzt hier in Porto Vecchio. Die Motorwerkstatt. Die Motorwerkstatt. Die Motorwerkstatt haben mir leider auch nicht helfen. Die haben zwar den Schaum gehabt, den ich gesucht habe. Aber leider nur für das Motorradventil. Und ich habe ja hier natürlich ein Motorradventil. Jetzt bin ich hier auf dem Yamaha Händler. Der hat aber noch zu bis um 2 Uhr. Ich gehe jetzt irgendwann etwas essen. Und ich gebe mir einen anderen Bescheid, wo sie mich wieder finden können. Und hoffentlich klappt dann endlich mal etwas auf dem Roadtrip. F***! F***ing Bock! cheekley Jörg – Was steht schon wieder los? Jörg, du glaubst es nicht. Wie lang sind wir jetzt 5 Minuten und sind wir jetzt weiter gefahren. Schau dir das an! Ich habe meinen hinteren Teil vom Auspuff verloren. Das heißt, das Ding ist jetzt gerade gigantisch laut. Und? Gut locker ist er. Und Freddy ist natürlich mit dem Werkzeug jetzt vorgeballert und ich krieg das hier nicht angezogen. Entweder finden wir das hintere Teil wieder oder wir fahren einfach mit halbem Auspuff. Guck mal, das sind alles Dornen hier. Das ist irgendwo so vor 50 Metern abgefallen. Das ist irgendwie Dornen reingedonnert. Ich hab Freddy grad geschrieben, er meinte, er ist ungefähr einen Kilometer weiter und sein Hobel ist auch wieder ausgegangen. Bevor er den Hobel wieder ankriegt, fahr ich lieber mit diesem lockeren Auspuff jetzt bis zu ihm, zieh ihn an, verzichte auf das hintere Teil, wir müssen nicht finden und schau, dass wir weiterfahren. Ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Das sieht genau so aus wie auf dem Bötteli. Hör mal, das ist so laut geworden. Scheißegal, Fahr! Dornen, Alter! Ich weiss ja nicht, ob mit dem Roadtrip los ist. Die bei Yamaha haben jetzt auch nicht helfen können. Die haben natürlich keinen Schwum und keine Weissichware und so kleine Reifen fährt sowieso niemand. Ich fahre jetzt einmal noch weiter oder bis jetzt Stoss, eine andere Garage. Vielleicht können die mir helfen und es ist jetzt da hinter mir noch ein Bedoshop, die in der Bahn noch zu ein bisschen drühen. Ja, die müssen zwangsläufig noch kein Viertrinken zwischendurch. Ja Freunde, das hintere Teil haben wir jetzt 10, bestimmt 15 Minuten lang gesucht in der prallen Sonne. Das ist irgendwo hier in den Dornen, keine Chance. Wir lassen das zurück. Wir müssen Opfer bringen. Wichtig ist, dass ich den restlichen Auspuff anziehe und deswegen fahren wir jetzt mit lockerem aus, lockerem halben Auspuff, einen Kilometer zum Freddy, ziehen ihn an, hoffen, dass Freddy seiner gleich wieder läuft und dann geht's los. Wie ist es eigentlich so der einzige zu sein ohne Probleme auf dem Roadtrip? Mühsam, weil du immer auf uns warten musst. Ja, wirklich. Okay, also wir donnern los, Leute. Ich denke, dass es mir jetzt gut läuft. Machst du ein bisschen langsam, bis ich dich eingeholt habe, dann sehe ich aber den Auspuff hinfliegt. Ja, der fliegt nirgends und das schaffen wir jetzt einen Kilometer. Gut. Geil! Geil! Ah, Digga ist das laut! Da kriegst du Kopfschmerzen. Das Ding ist, ich richte jetzt erstmal meinen Hobel, weil dann kann ich dich zurücklassen wenigstens. Ihr hättet mich ja schon fast zurückgelassen, als ihr meinen eigentlichen Hobel geschrottet habt. Ich muss den Gaffer noch mal kurz aufmachen. Ich muss es festziehen, Alter! Der Elias denkt sich auch, wo bleiben die denn? All righty. Total. Ich bin zur Reifensprache. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Ventil. Für Pneu normal und für Pneu mit Luftkamera. Ich hoffe einfach, dass es geht. Ob es noch geklappt hat? Keine Ahnung. Ich muss jetzt 10 Minuten hin und her fahren und hoffe, dass der Druck hält. Er ist aber gepumpt. Mal schauen. Ja, der Satz von den Lifestyle. Da ist in dem Kaff. Hörst du mir bei? In dem Kaff? 5 Kilometer. Bis ich das festgezogen habe, ist der wieder abgekühlt, dann springt Deiner wieder an, wir fahren zu Elias, umarmen uns einmal alle ganz arg mit unseren verschwitzten Körpern. Und dann gehen wir in diesen Bus. Und dann gehen wir in den großen Reisebus, genau. Da macht das hier. Also ich sage es nur ungern, aber ich glaube, dieser Auspuff, der bleibt jetzt so locker. Das lässt sich hier nicht mehr festziehen, der ist irgendwas. Vielleicht haben wir auch die Dichtung dazwischen verloren, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich bin jetzt auch nicht so amused darüber, hier bei 45 Grad in der Sonne diesen Auspuff komplett vom Zylinder zu schrauben. Deswegen habe ich jetzt mal so festgezogen, wie es geht. Ab nur mal laut ist das Ding sowieso. Also wir hoffen jetzt, dass Freddy seiner anläuft. Und dann fahren wir 5 Kilometer weiter und sind endlich wieder vollzählig. Da wartet Elias auf uns. Freddy, ich dachte du kaufst Wasser. Du hast nur Eiswürfel gekauft. Das ist Wasser, das ist gefrorenes Wasser, Kollege. Das glaubt dir doch keiner, Mann. Klar. Das hilft. Ich denke, schon wieder ein Déjà-vu von der letzten Roadtrip. Das muss ich doch einmal im Kreis fahren. Jetzt wird irgendwie 10-20 Minuten im Kreis fahren. Damit sich die Masse verteilt und hoffentlich wird das Ding ein wenig abrichten. Das ist eigentlich nicht, dass ein grosser Riss denkt, aber wir probieren jetzt einfach alles. Das ist genau. Retour. Jetzt siehst du, es ist komplett um die Insel und wir kommen. Yeah! Der könnte noch nicht entscheiden, ob er laufen will. Yes! So! 50 Kilometer, dann sind wir bei Elias. Was wir dann machen, wissen wir auch noch nicht. Es ist so blau, Leute! Unbeamlich! Ich bin wieder zu Fuss. Hat leider nicht geklappt, der Schaum. Kommt auf alle Seiten ein wenig raus, weil der Riss im Ventil wahrscheinlich viel zu gross ist. Das heisst wahrscheinlich mehr Autostop für mich. Kommt auf die andere Schaubfersitzung gleich zu mir hin. Dann können wir Kaffee nehmen, das Ganze besprechen. Die Glase zusammenklappen und in der Sorte einladen. Oder wie auch immer weiter. Ich erlebe so Schläuche. Hat hier irgendwie gar niemand. Das ist jetzt immer mehr als ein Reißproblem. Ich habe jetzt echt eine traurige Nachricht. Nicht, dass dein Hobel kaputt ist. Das ist scheiße, ja? Und auch, dass jetzt Torfrieder seinen Hobel Stress macht. Mein Ausflug ist kaputt, aber das Schlimmste. Mein Schlappen ist am Arsch, Digga! Der Junge, der Flipper! Jetzt ist vorbei, jetzt will ich nicht mehr! Jetzt geh mal nach Hause, ja! Weisst du, wie schäbig ich mich viel mit dem Natschmier so. 3 Euro. Das sind 6 Mark. Was haben die für eine Sicherheitsklasse, Entschuldigung? Das ist schon Auto Repair. Aber das Ventile selber ist schon zu gross, um überhaupt ihnen ins Rad von dem Glase zu passen. 10 bis 12 Stunden reichen. Multimativ zu gross. Ich versuche es wert. Oh Mann, wenn das klappt. Graber dich! Ich schwöre auf alles. Was? Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Es ist von so einem Kindervelo. Vom Kinderfahrer? Ha ha ha! Hast du noch einen Auspuff gefunden für mich? Hättest du wirklich keinen Händchen? Nein, ich habe einfach heute extra mein weisse Tier da geleitet. Heute? Heute ist der Schraubertag. Ich bin nämlich dreimal so verfickte Räder aus. Meinst du das weiße Pucht-T-Shirt, welches man bei uns im Shop kaufen kann, zusammen mit ganz vielen anderen coolen Mofa-Shirts? Jetzt checkt es mal aus unten verlinkt. Nach dem Roadtrip gibt es Rogors Reiseurin zum Mieten. Eine kleine Fläschchen. Ich müsste einfach über einen Hobel kippen. Einfach drüber kippen. Und dann läuft das Ding immer. Hätten wir mal machen sollen. Immer! Der Windschlauch ist jetzt drinnen. Ein 12 Zoll, wieso auch immer. Wir machen das Ganze wieder zusammen. Hoffen, dass es hebt. Kommst du ein wenig runter? Warte! Jetzt! Während Elias seinen Reifen gepflegt hat, war ich im Baumarkt, habe ein bisschen Stahlwolle, einen Winkel und eine Mutter gekauft. Damit fixiere ich jetzt hier diese Stahlwolle, ziehe das fest und hoffe, dass das Ding nicht mehr klingt wie ein Traktor, weil wir haben wirklich noch eine gute Strecke vor uns. Und wenn Elias dann wohl wieder läuft, dann darf es an einem nicht scheitern. Jetzt ist es gerade schon recht okay. Es ist nicht so festpunkt, wie es könnte sein, aber wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. Lass das! Hey! Ich fühle den Scheiss! Oh Junge, die war aber auch null angezogen. Ja gut, das ist keine Konfession und nichts. Mal eine neue rein direkt. Inflationäre Gebrauch von Zündkürzen. Lass durchlaufen die Kerzen, Digga! Wir haben noch im Lager! Marc, wir gönnen uns! Du stehst drauf, immer in der Sonne stehen zu bleiben. Die ganze Straße ist Schatten. Und du stehst wieder hier in der Sonne, Digga! Wie schaue ich aus? Scheiße, passt! Nächster Morgen! Es ist sehr, sehr früh, denn dieses Mal wird nicht ausgeschlafen. Nachdem alle Mofas repariert wurden, kamen wir schon noch ein Stückchen weiter, aber lange nicht an unser Tagesziel. Wir haben uns noch knapp 99 Kilometer vor uns bis zum Hafen. Dort müssen wir spätestens bis um halb zwölf mittags unseren Reisehobel abholen, der am zweiten Tag bereits kaputt gegangen ist. Der wurde von der Versicherung zum Hafen gebracht. Unsere Fähre geht erst um Mitternacht. Wir haben noch mal zwölf Stunden, die wir irgendwie totschlagen müssen. Aber jetzt müssen wir erst mal ganz, ganz früh auf die Hobel 100 Kilometer zum Hafen fahren. Das frühe Aufstehen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben hier nämlich den ultimativen geilen Spot gefunden. Es hat zwar nachts geregnet. Wir mussten unsere Mofas ins Zelt retten, damit sie nicht nass werden. Aber dafür werden wir heute morgen belohnt. Guckt euch das mal an, Freunde. Ich will gar nicht mehr weg, Mann. Trotzdem Zelte zusammenräumen. Wir müssen auf die Mofas. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns. Und dieses Mal muss einfach alles ohne Pannen klappen. Sonst schaffen wir es einfach nicht rechtzeitig zum Hafen. Wir müssen eventuell einen Mofa zurücklassen. Und das ist keine Option. Digga, zwei Kilometer. Läuft bei uns. Roger, du hast die Ehre, uns zu verlassen. Ich muss schaffen auf die halbe zwölf auf Bastian. Du bist der Einzige, von dem wir zu 100 Prozent wissen, dass dieser Maxi N keine Probleme macht. Wir haben hier nur Mofas, die Probleme machen. Also fahr du los. Hol unser Mofa bei der Werkstatt vor halb zwölf ab. Und wir treffen uns dann am Ziel und stoßen an. Hau rein, Digga! Du reparierst dein scheiß Mofa. Ich wäre auch gern der Rauscher. Jeder wäre heute gern der Rauscher. Hau rein, Digga! Let's go, Digga! Keine Ahnung, warum er nicht lief, aber er läuft! Schaut euch diese traurige Kolonne an. Es ist unglaublich. Jetzt läuft die Platy von Elias wieder. Und jetzt macht Freddy seinen Hohelmucken. Hat keine Leistung mehr. Wahrscheinlich ist der Anhänger einfach zu schwer. Mein Mofa läuft super. Ist einfach nur ein bisschen laut. Aber das ist egal. Alle zwei Minuten. Einmal so. Pam! Wie macht er? Pam! 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 Ich freue mich an die Leistungsverluste. Feldzündungen aus dem Vergaser, Hose etc. Ui! Ui! Oh, die Hurtrochen. Zündkerze Nummer 31. Aber hier wieder ein Siebner rein. Und noch Trauben. Also das ist jetzt hier unser Messtool. Das ist in Blattleer. Ich finde es gut, dass wir so top vorbereitet und mit viel Werkzeug unterwegs sind. Hey! Du Huren verschoben hast ihn jetzt! Unterbrecher haben wir jetzt mal so ein paar Formen eingestellt, dass er wenigstens wieder aufmacht. Da ist irgendwie gefühlt ganz zugeblieben. Jetzt rennt das denn gleich wieder 130. Ich saß hier. 78 Millionen. Jetzt bin ich dann wieder der Langsamste. Aber ein schönes Fleckchen hat er sich dieses Mal wenigstens ausgesucht. Nicht wie sonst. Eine Hauptstraße in der prallen Sonne. Mach einen Stolz-Top, Fredo! Ich bin wieder mal der, der das Törfling kaputt gemacht hat. Ich muss schrauben. Er stört jetzt schon noch ein bisschen. Aber für meinen Backbody hat er jetzt auf jeden Fall genügend Leistung. Wir probieren es, Leute. Wo ist Roger aktuell? Roger ist auf geheimer Mission. Wir sind immer noch da unten. Wir wollen eigentlich da oben campen. Roger Bert McRouchy ist schon da oben. Okay, wie weit hat er noch? Er hat ja schon die Hälfte. Mehr, mehr, mehr. Geil. Also er schafft es hoffentlich rechtzeitig. Viertel vor zehn, er schafft er. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt irgendwann noch. Das Ding ist so am Arsch, Leute. Wir haben weder genug Ersatzzeit dabei, um das jetzt komplett zu tauschen. noch haben wir die Zeit und die Lust, das alles jetzt zu machen. Deswegen ist der Plan einfach fahren, fahren, fahren. Solange es nur irgendwie geht. Ja, was ist los? Schau mal an. Das ist der Reifenschaum. Ich habe mich noch gewundert, was kommt denn da mir entgegen, Alter? Weiter geht's. Ich bin jetzt in eine TÜV-Werkstatt angekommen. Ich hoffe, das ist die richtige. Dann gehen wir mal schauen, ob da irgendetwas steht von uns. Bonjour. Dieser hier? Ist es hier? Nein. Okay. Danke. Ich frage meinen Freund. Ah, Telefon. Ja, aber am Mittag ist es kaputt. Also ich habe jetzt gerade mit dem Typ gesprochen, so einigermassen. Aber das Mofa ist nicht da. Und ich muss irgendwie herausfinden, wo das ist. Und Elias und Marvin und Freddy sind natürlich jetzt nicht erreichbar. Ich muss warten, bis sie es abnehmen. So, wir sind ein paar Kilometer gekommen. Freddy's Hobel fuhr sogar noch durch. Aber natürlich macht das den nächsten Stress. Und das ist natürlich nicht mein wunderschöner gelber Flitzer hier, der übrigens eine neue Deko bekommen hat. Es ist dieser ebenfalls wunderschöne rote Flitzer, der ebenfalls eine schöne Deko bekommen hat. Aber nicht mehr läuft. Wahrscheinlich ist vielleicht ein bisschen Wasser hier in den Vergaser gekommen, als Elias schnell, schnell hier den Schaum wegmachen wollte. Ah! Am Ende müssen wir einfach fahren, 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 solange die Dinger laufen. Und jetzt läuft er, also fahren wir. Also ich bin jetzt über eine Stunde da und der ladet mittlerweile zu. Keine Ahnung, wo das Töffel ist. Elias klärt es nochmal ab mit der Versicherung, aber da kommt mich sicher kein Töffel mehr über heute. Die letzte Zipi wir gedreht haben, dass Elias dann Hummenich lief. Sie war hinter diesem Hügel zwei Kurven weiter. Herzlich willkommen bei unserer nächsten Panne. Unser Anhänger, die Hardenplatten. So, kurzes Update. Ich habe mit Elias telefoniert. Elias hat mit dem Mobiliar telefoniert, etwa dreimal hin und her. Jetzt hat sich herausgestellt, dass das Töffel gar nicht in Bastia ist. Unterwegs ist es deponiert worden. Dann musste es einen Spediteur an die Töffwerkstatt bringen. Das hat leider nicht funktioniert, weil es über sieben Ecken gegangen ist. Und da ist jetzt kein Töffel. Aber anscheinend geht es den Mobiliar jetzt sehr leid. Und die bringen jetzt das auf Frauenfeld. Das heisst, das Problem hat sich gelöst. Aber es war unnötig, dass ich jetzt hier angebrochen bin in etwa zweieinhalb Stunden. Jetzt muss ich halt warten auf die anderen und hoffe, sie kommen innerhalb der nächsten paar Stunden. Ach, der ist schwer. Wichtig wäre mir bei der ganzen Nummer nur, dass wir den Lack nicht kaputt machen. Ich habe den Anhänger extra frisch lackiert und man sieht, er ist nach wie vor in einem gigantischen Zustand. Und das soll auch bitte so bleiben. Heute zurück bei Immerärger auf dem Roadtrip. Heute die Pumpe. So, look him, Alter. Pumpe kaputt. So, neuer Schlauch ist drin. Ging wesentlich entspannter wie bei der Di Blasi. Wohhh. Ja, jetzt, das reicht, das reicht. Okay. Rad wieder rein. Zusammen räumen. Weiterfahren. Erst probieren wir die Kerze. mill destineden wir. Kerzenzeit! Es ist wieder Kerzenzeit! Ja wir haben jetzt noch knapp 20 oder 30 Kilometer und Freddy wollte eine neue Zündung einbauen. Das mussten wir im Ernsthaft ausreden. Kerze wechseln, dann läuft das Ding wieder. Falls ihr es jetzt nicht mitbekommen habt, er ist gerade wieder stehen geblieben übrigens. Also, nur zur Info. Die Leute fühlen das hier alle so hart, oder? Was sagst du dazu? Das ist wirklich absolut krass, wenn man mit dem Töpfchen unterwegs ist. Alle hupt, alle winkeln, vielleicht wenn wir Stau verursachen. Aber es sind ja eh nur, wie sie Freude haben. Oh Achtung, Kerzenzeit! Jetzt macht die Kerze da rein. Also das ist jetzt so knapp die zehnte Panne, die wir haben, seit Roger vorgefahren ist, um unser Mofa abzuholen. Aber jedes Mal, wenn ich hier in der prallen Sonne stehe und hier irgendwas repariert werden muss, frage ich mich, was Roger gerade macht. Die Mofas laufen wieder! Aber ich glaube, wir sind auf der Autobahn gelandet! Scheiße! Das ist so gefährlich, Leute! Jo, das ist ein neues, neues Problem! Und ein neuer Patient! Das gibt's doch nicht! Ja, das gibt's doch nicht! Lass, 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 lass! Auf der Autobahn! Außer gerade keine Autobahn! Wir haben aktuell 43 Grad! Wir haben noch 5 Minuten! Also wir haben jetzt hier einmal Reparaturspray gekauft, weil wir es einfach nicht einsehen, jetzt das Rad rauszunehmen und ein Flippen draufzusetzen. Wir haben wirklich noch ein paar Kilometer bis zum Roger und auch noch ein paar Kilometer bis zur Fähre. Das muss mit dem Schaum hier funktionieren. Alter, wie? What the fuck? Schieb den Shit! Wie viel ist die Frage? Alles! Digga, was ist das? Ich höre mich auf! Wie ist die Kraft? Wie ein Professioneller! Mega entspannt hier! Du hast einen schönen Tag gehabt, Roger, kann das auch! Ich finde auch das ist die Autobahn ganz geil gewesen hier! Also jetzt haben wir uns ein bisschen entspannen von dieser wirklich, wirklich strengen Reise um die Inseln und es ist das erste Mal, wo wir wirklich Zeit haben, mal auf dem Strand gegangen. Und jetzt, wo wir ja im Fahrzeug sind, haben wir Eisler vergessen. Jungs, nach Corsica! Lackabaspray! Flachkörper geschafft, jetzt wollten wir weiter zur Fähre fahren. Aber ich glaube Corsica möchte uns nicht gehen lassen. Platten Nr. 4 in zwei Tagen. Drück drauf auf das Ding, Digga! Oh, das kommt da schon raus, Digga! Lass alles rein! Ihr seht es, wir haben es geschafft! Wir sind wieder auf der Fähre, zurück nach Savona. Wir haben die Mufas mit Transporter von Braunfeld bis nach Savona gefahren, sind dann auf die Fähre hierher gekommen. Es war ein unglaublich schöner Tag, ich meine, schau es dir an! Ich will eigentlich gar nicht gehen! Wir haben natürlich bewusst nicht unbedingt die einfachsten Höbel ausgewählt. Die reisetauglichsten. Die reisetauglichsten Höbel. Aber es macht natürlich ein bisschen mehr Spass mit diesen Beziehungswissen. Es gibt mehr Content für die Videos für euch. Ihr wollt das doch, ihr wollt das doch sehen, was wir uns hier angetan haben. Ich meine, mit dem Buch mal gesehen. Das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Das hat mir im Moment gegeben und ich das Gefühl gehabt. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Platte wie in die Blase, Ventil abgerissen. Der Kreis noch ein bisschen in die Schlüchter. Ich hatte abgeschlossen, nachdem ihr meinen Mufa zerstört habt, bevor ich überhaupt da war. Und wir keinen Ersatz gefunden haben. War klar, dass es in den Mufa war. Aber wir haben ein neues schönes Mufa. Vielleicht kommt es auch mal wieder auf dem Channel. Wenn ihr da Bock auf ein Projekt habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Der gelbe Blitz, der hat es verdient. Der lief am Schluss hadelos. Also, wir machen jetzt noch einen gemütlichen Abend hier auf der Fähre. Ihr abonniert den Channel, falls es noch nicht passiert. Und wenn wir mal wieder unterwegs sein sollen, dann müsst ihr fleißig in die Kommentare schreiben. Dann dürfen wir vielleicht nochmal los und Marc lässt uns aus dem Käfig. Ich würde mich freuen. Danke, dass ihr dabei wart. Macht es gut. Tschüss. Tschüssi. Scheiße. Ich glaube, das wäre auch noch eine Panne. Falls ihr wie ich hofft, dass dies nicht das letzte Roadtrip-Abenteuer war, dann helft schon heute mit, unseren Chef zu überzeugen. Lass ein Abo und Kommentar da. Vielen Dank.